Ich weiß es total bescheid, aber ich steh grad unten. Wirklich. Hast du dich für meine Arbeit gebracht? Danke. Ich würde schon darauf, dass sie für mich ist. Hast du gar geduscht? Mhm. Schön. Wollah. Aber es ist wirklich ... Es ist wirklich gut. Ich habe deine Mama schon von mir erzählt, oder? Gut siehst du aus. Doch, wollah. Krass. Du verstehst alles. Drei Jahre zackern wir jetzt hier rum. Wir sollen den vollzugsöffnenden Maßnahmen gehen, wenn das Gutachten ein positives Ergebnis hat. Das ist alles jetzt durch. Händest du den Code auf? Jella, dann mach deinen Code nochmal. Du musst mal raus. Ich muss mal raus, Miriam. Fick dich! Hey Isha, was ist denn los? Das ist nicht unbedingt einfach. Bis zum nächsten Mal. Most comentarzt wurde er sauber. Beziehungsange die Charaktistica